Energie sparen, das ist die Devise jetzt in den kalten Tagen, die uns bevorstehen. Und da ist natürlich ganz vorne mit dabei, Heizkosten einzusparen. Ich bin ehrlich zu Ihnen, ich habe da gar keine Lust drauf, aber die Preise, die machen es ja fast nicht anders möglich. Also Energie sparen, ja, aber doch bitte so, dass ich mich wenigstens auch noch wohlfühlen kann. Denn wenn mir kalt ist, dann wird es ganz schnell ungemütlich, ich werde unproduktiv. Und deswegen geht es darum, an den richtigen Stellen zu sparen, mit den richtigen Tipps und Tricks. Und die haben wir Ihnen in dieser Sendung mitgebracht, war ratzefatze ausverkauft. Es ist nämlich auch unser Titelprodukt jetzt gewesen in diesem Katalog. Sie sehen es hier, wir starten nämlich mit Thermostaten. Eine Möglichkeit, wie Sie effektiv Heizkosten sparen können. Schauen Sie mal, hier steht es, bis zu 30 Prozent Heizkosten können Sie damit sogar sparen. Das ist eine ganze Menge. Die nächste Lieferung kommt auch schon in den nächsten Tagen. Das heißt jetzt direkt zugreifen, bitte. Ja, bitte vorbestellen, vor der Heizsaison kommen die Lieferungen wieder. Aber die Nachfrage ist riesengroß. Kein Wunder. Wenn Sie sich jetzt mal überlegen, worüber Sie in den letzten Tagen und Wochen gesprochen haben, vielleicht auch mit Ihrer Familie, mit Ihrem Freundeskreis, dann wird es bei Ihnen sein wie bei uns. Über die Temperaturen, wie kann man sparen, wenn es dann kälter wird. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass in den letzten Tagen, wir hatten gestern Abend hier 12 Grad in Dassel, schon einige eigentlich die Heizung angemacht hätten in den letzten Jahren, wären nicht die Energiepreise so extrem gestiegen. Und deshalb ist die perfekte Lösung eigentlich für mich, ohne, was Rebecca gerade gesagt hat, auf Komfort zu verzichten, programmierbare Thermostate. Die hier haben ausgesorgt. Und wir haben heute in der Sendung zwei verschiedene Systeme. Und da wird mit Sicherheit auch das Richtige für Sie dabei sein. Beginnen tun wir mit unserem Titelprodukt. Und das sieht so aus hier. Und das haben wir jetzt einfach auch mal als Einzelnen. Wir haben nachher wirklich ganze Systeme für Sie, wo Sie sich komplett ausstatten können. Aber vielleicht will der ein oder andere mal so ein Thermostat ausprobieren, weil das ist wirklich intelligent. Ich werde Ihnen auch nachher zeigen, wie es installiert wird. Aber erst mal müssen wir über den Sinn von solchen Thermostaten sprechen. Schauen wir mal auf die Älteren. Und zwar so, wie es bei Ihnen auch aussieht. Ich glaube, das kennt jeder. Rebecca, kennst du auch von zu Hause? Na klar. Man stellt seine Wohlfühltemperatur ein. Auf 1, 2, 3, 4, 5. Mein Gewinn ist 5. Deine ist 5. Okay, gut. So, jetzt hat man diese Wohlfühltemperatur. Und jedes Mal, wenn man heimkommt, wunderbar. Es ist schön warm. Und das ist ja auch angenehm. Aber jetzt sind Sie wahrscheinlich auch nicht 24 Stunden in Ihrer Wohnung. Jetzt gehen wir mal von uns aus. Wir sind, wir haben ja die gleichen Arbeitszeiten. Maximal bis morgens 10, halb 11 zu Hause. Und frühestens wieder um 21 Uhr zu Hause. Das heißt, die Wohlfühltemperatur, ich gehe jetzt mal auf Diana, 5, ist absolut umsonst rausgeschmissenes Geld zwischen 11 Uhr und zwischen 21 Uhr. Und wenn wir das jetzt mal ausrechnen, ja, das sind immerhin 11 Stunden. Und in diesen 11 Stunden haben Sie jetzt die Möglichkeit, mit einem solchen Thermostat runterzuregeln. Nicht ganz auf Null, weil das würde wieder beim Hochfahren extrem viel Energie brauchen, sondern zum Beispiel jetzt von, was wäre deine Wohlfühltemperatur? Sag es mal in Temperatur. 23 Grad. Okay, von 23 Grad auf 18 Grad herunter. Und das gibt schon eine enorme Erleichterung. Und eine halbe Stunde, bevor ich heimkomme, kann ich da wieder hoch. So, jetzt haben viele Angst vor der Installation. Jetzt frage ich dich mal, hast du schon mal Thermostate installiert? Nee, noch nie. Traust du dir das zu? Ja, soll ich mal ausprobieren? Ja, machen wir mal. Also, guck mal, ich zeig's dir. Hier hinten ist einfach ein Gewinde und das musst du jetzt aufdrehen. Das könnte ein bisschen fester sein, dann brauchen Sie eine Zange. Geht's mit Fingernäkeln? Da muss ich, ne? Probier's einfach. Schau mal, drehe mal in eine Richtung. Wenn nicht, helf ich dir. Hier hinten, ne, ist es nicht schwer. Nach links, ja. Nach links? Nein, nach links. Ja, da geht's auch schon viel leichter. Hopp, hopp, gut. Das könnte man jetzt relativ, das könnte man wirklich entsorgen. Nee, legen Sie es in der Schublade, wenn Sie in einer Mietwohnung wohnen, weil wenn Sie ausziehen, können Sie Ihr Thermostat wieder weg. Darf ich das andere auch anbringen? Ja, natürlich, das sollst du sogar. Das ist jetzt das neue. Ich möchte ja zeigen, wie einfach das ist. Also jetzt noch da. Wir müssen nur schauen, hier oben ist das Display. Ah ja. Genau, dass das oben ist, so ansetzen. So, und jetzt die Schraube wieder. Ja, das ist übrigens ein Metallgewinde, das ist auch wieder ein riesen Qualitätsmerkmal. So, und jetzt können wir sagen, Rebecca hat zum ersten Mal in ihrem Leben ein Thermostat installiert. Also es könnte ein bisschen fester sein, jetzt mal handfest. Nein, 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 jetzt brauchen wir es nicht, das reicht. Aber wenn es zu Hause fest ist, eine kleine Zange, dann geht es auf. So, und jetzt haben wir ein intelligentes Thermostat, das wir hier programmieren können, ohne Probleme. Und zwar genau auf unsere Lebenssituation hier zugeschnitten. Also noch ein besseres Beispiel, wir reden jetzt mal nicht von der ganzen Wohnung, wir reden auch mal von einzelnen Sequenzen. Das wärmste Zimmer sollte in der Wohnung das Badezimmer sein. Ja, finde ich auch. Da rennen wir oftmals nackig rum, kommen aus der Dusche raus, da will man nicht frieren. So, aber wann nutzt du jetzt zum Beispiel dein Badezimmer? Ja, maximal eine Stunde am Tag. Wann bist du morgens im Bad? Ungefähr? Morgens so 7.30 Uhr. Okay, dann stellen wir jetzt das Thermostat genau so ein. Um 7 Uhr wird es hochgefahren, von mir aus auf 25 Grad, wenn du so warm bist. Aber um 8 fährt es wieder runter. Auf 17, 18 Grad. Also das sind immer nur Beispiele, die ich sage. Sie müssen das individualisieren auf Ihre Bedürfnisse. Und dann sparst du in der anderen Zeit, wo du das Bad nicht benutzt, ja, sparst du bares Geld, weil du eben nicht die volle Heizleistung hast und dementsprechend wesentlich weniger Heizöl oder auch Gas brauchst. Also die Installation haben wir gesehen. Hier sehen wir auch nochmal das übersichtliche Display. Was ich Ihnen aber auch noch zeigen wollte, ist, dass man die Programmierung auch ganz bequem gemeinsam mit der Familie zum Beispiel am Esstisch hier vornehmen kann. Und zwar mit einer kostenlosen App. Die verbindet sich per Bluetooth oder Sie verbinden es per Bluetooth mit diesem Thermostat. Und können jetzt erstens mal, da sehen wir es, ganz einfach die Temperatur regeln. Und Sie können auch wirkliche Systeme, also richtige, richtige Zeitpläne einstellen mit insgesamt fünf verschiedenen Zeitzonen pro Tag. Also perfekt. Ja, das ist wirklich perfekt. Und Sie sehen das eingeblendete Lieferdatum. Wir haben nämlich großzügig nachbestellt hier, damit wir schnellstmöglich sie auch nochmal bedienen können mit unseren programmierbaren Heizkörperthermostaten. Das einzelne Thermostat, Achtung, gleich kommen auch noch die Sets, bestellen Sie mit der Artikelnummer ZX5276 und der 569. Aber wie gesagt, Dreier-Set und später auch noch ein Sechster-Set haben wir auch noch dabei. Richtig, das spart man einfach im Vergleich zum Einzelpreis. Wenn Sie jetzt den Einzelpreis 33,24 noch im Kopf haben, 100 Euro drei Stück. Hier sehen wir knapp 95 Euro drei Stück. Also wenn Sie drei Heizkörper haben, und das ist auch mein Tipp, versorgen Sie wirklich jeden einzelnen Ihrer Heizkörper. Ob das im Büro ist, im Kinderzimmer, im Schlafzimmer. Und ganz egal, welche Temperatur Ihre Wohlfühltemperatur ist, die stellen Sie ein. Und zwar zu den Zeiten, wann Sie sie brauchen. Jetzt haben wir das Dreier-Set eingeblendet und einfacher geht es ja gar nicht. Alle drei anbringen, bitte jetzt vorbestellen. Und dann sind Sie, bevor die Heizperiode losgeht, eben schon mal versorgt und sparen täglich bares Geld. Die Artikelnummer, damit Sie sich auch den TV-Sonderpreis hier abstauben können, ist die ZX5278 und die 569 für das Dreier-Set. Wie gesagt, gehen Sie jetzt mal Ihre Wohnungen durch. Wie viele Zimmer haben Sie? Wie viele Zimmer möchten Sie intelligent heizen? Vielleicht sind es tatsächlich auch sechs Thermostate, die Sie hier bestellen wollen. Und das können Sie bei uns auch. Also bei mir sind es sechs. Ich habe sechs Heizkörper. Passt perfekt. Aber ich wollte Ihnen einmal noch diese App zeigen. Jetzt nicht an der App, wie wir es gerade gesehen haben, sondern wenn wir da ein klein bisschen größer aufziehen. Oder ich gehe mal ein bisschen runter zum Thermostat. Schauen Sie mal, was passiert, wenn ich hier am Thermostat drehe. Sehen Sie das? Das reagiert sofort auf die Temperatur, die ich einstelle. Und hier sehen wir das. Auch ganz einfach, über Kopf ist es ein bisschen schwieriger. So kann ich meinen Plan für jeden einzelnen Thermostat bei Bluetooth-Verbindung einrichten. Also das ist einfach Perfektion. Ja, und das ist clever. Die Bestellnummer für das 6er-Set ist die ZX5279 und die 569. Warten Sie nicht lange. Ja, wie gesagt, wir haben versucht, so schnell es geht, großzügig nachzubestellen, weil wir gemerkt haben, die Nachfrage ist riesig und es war blitzschnell ausverkauft. Und wenn Sie noch mal ein Tickchen mehr intelligenteres Heizen sich ermöglichen möchten, dann empfehlen wir Ihnen auch noch das WLAN-Gateway mit dazu. Haben wir auch noch mal in Sets für Sie zusammengepackt. Ja, genau. Jetzt haben wir also ein 3er-Set und ein 6er-Set, aber jeweils mit diesem kleinen Teil dazu. Das nennt sich Gateway. Und damit haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch von außerhalb darauf zuzugreifen. Und von hier geht es per Bluetooth an Ihre Thermostate. Das heißt, nur mal ein Beispiel zu nennen, Sie sitzen im Büro, es wird plötzlich richtig kalt oder Sie kommen früher nach Hause und wissen, Sie haben ja diese wirklich tolle, clevere Absenkung, aber hätten es doch gerne warm. Dann nehmen Sie Ihr Smartphone und stellen die Temperatur von überall auf der Welt für zu Hause ein. Das Signal geht über WLAN im Prinzip hier rein. Das wird einfach nur in die Steckdose gesteckt und mit Ihrem WLAN verbunden. Und von hier per Bluetooth an Ihre Thermostate jeden einzelnen, den Sie steuern können. Und egal jetzt ob einzeln, drei oder sechs, es ist immer perfekt mit diesem. Dann hat man eben optional noch den Zugriff. Wenn wir jetzt mal schauen, hier der Mehrpreis knapp 14 Euro im Vergleich zu ohne diese Gateways. Also da sehen Sie 14 Euro mehr. Dann haben wir auch noch ein bisschen mehr, ich würde sagen erheblich mehr an Komfort. Ja, nicht nur an Komfort, sondern nochmal mehr Möglichkeiten, um die Heizung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und umgekehrt hier Energie zu sparen. Sie haben gesehen, wie einfach sich das installieren lässt, wie einfach die Handhabung hier auch mit der kostenfreien App ist. Also bestellen Sie hier das Dreier-Set mit WLAN-Gateway mit der Bestellnummer ZX 5280 und der 569. Und der Preis lässt sich hier wirklich sehen für das Set. Deswegen empfehlen wir Ihnen das und deswegen schnüren wir auch für Sie diese Pakete. Und wir kommen jetzt auch nochmal zum Sechster-Set. Auch mit diesem WLAN-Gateway, sodass Sie von überall aus Ihre Heizung auch nochmal punktgenau hier einstellen können. Das finde ich ist wirklich genial, weil diese Gelegenheiten gibt es ja auch im Alltag. Dass ich einfach zum Beispiel plötzlich früher von der Arbeit nach Hause komme und dann kann ich die Heizung direkt einstellen und muss eben keine Abstriche machen. Also ich habe da auch viele Sendungen drüber gesehen. Wie kann man effektiv sparen? Natürlich Zusatzheizungen sind da auch ein Wort, bevor ich die große Heizung anmache. Aber so eine Zusatzheizung braucht im Regelfall auch Strom. Das kostet auch Geld. Deshalb ist für mich persönlich die cleverste Lösung eigentlich intelligent, clever zu heizen. Und das machen Sie auf Ihre Ansprüche eben abgestimmt mit einem solchen System. Und wir haben jetzt hier im Gesamtpreis dieses Sechster-Set dieser Thermostate. Sie haben gesehen, wie einfach die zu installieren sind. Ja, und im Moment, Entschuldigung, im Moment haben wir noch das Dreier-Set eingeblendet. Gleich haben wir das Sechster-Set. Aber inklusive diesem Gateway, also der Möglichkeit zu steuern. Und schauen Sie auf den Preis, möchte ich noch mal erwähnen, 111 Euro. Nur die Thermostate kosten knapp 95 Euro, das heißt 15 Euro mehr. Und Sie haben die Möglichkeit, das eben per Handy von überall zu steuern. Und ich glaube, das ist für viele eben die Lösung. Da steht bis zu 30 Prozent Ersparnis. Und jetzt muss ich sagen, es sind bei vielen 30, 40, 50 Prozent hier Heizkosten gestiegen, Gaskleurkosten gestiegen. Und jetzt kann ich das wenigstens abfedern, ohne auf Komfort zu verzichten. Weil ich bin so jemand, ich weiß nicht, wie Sie sehen, ich laufe auch im Winter gerne mal in Boxershorts und T-Shirts durch meine Wohnung. Ich möchte nicht im Wintermantel oder Moonboots in meiner Wohnung sein. Und ich glaube, das geht auch euch so, oder? Ja, ja, absolut. Also ich wäre erst gar nicht so weit gekommen, im Winter auch in kürzeren Sachen rumzulaufen. Also für mich kann es nicht warm genug sein. Deswegen ist es für mich aber auch so wichtig, nicht unbedingt auf die Heizung komplett verzichten zu müssen, sondern punktgenau eben zu heizen, damit ich nicht mich zu Tode friere, sage ich jetzt mal. Weil es ist tatsächlich so unangenehm für mich, die Kälte. Damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Und ja, wie gesagt, das sechster Set, das sehen Sie jetzt gerade in diesem Moment tatsächlich eingeblendet. Also machen Sie das gerne direkt, dass Sie für das ganze Haus oder die ganze Wohnung sich hier ausstatten, weil das macht absolut Sinn. Und Sie haben gesehen, die Installation ist richtig einfach und schnell gemacht und bequem gemacht. Ja, und so sieht es also komplett aus. Und jetzt möchte ich einfach nochmal den Preisvergleich machen. Sie haben es vorhin gesehen, das sechster Set, Thermostate, kostet 180,99 Euro. Neun Euro draufgelegt, dann haben Sie diese Steuerung. Ja, und das ist einfach auch zukunftsorientiert nochmal die Möglichkeit, die sechs Thermostate eben auch von außerhalb der Wohnung zu steuern. Nochmal, alle Systeme hier gehen auch ohne das Gateway. Ja, per Bluetooth, sobald Sie in der Wohnung sind. Aber das ist für mich nochmal das i-Tüpfelchen und diese paar Euro mehr. Ich würde einfach sagen, probieren Sie es mal aus. Aber auf jeden Fall statten Sie alle Ihre Heizkörper mit so intelligenten, cleveren Thermostaten aus. Ich bin mir ganz sicher, Sie haben das auch schon im Fernsehen gesehen. Viele Experten-Sendungen von allen möglichen Institutionen, die das sagen. Und ich schließe mich den Experten an. Ja, nochmal die Artikelnummer kurz für Sie für das sechster Set inklusive dem WLAN-Gateway. Das ist die ZX5281 und die 569. Und es ist jetzt die Zeit, um zu handeln, um sich vorzubereiten auf den Winter und das auf clevere Art und Weise. Und Sie haben es gerade gesehen, also mit der App, das ist wahnsinnig intuitiv. Das ist einfach. Und auch wenn Sie nicht so Smartphone-affin sind, auch wenn Sie nicht so gerne mit Apps hantieren. Denn einmal für die Einstellung, wenn Ihr Alltag relativ geregelt ist, dann müssen Sie das tatsächlich nur einmal einstellen. Und haben es aber mit dem WLAN-Gateway ist das natürlich auch nochmal eine schöne Option, um spontan aktiv zu werden. Und das ist einfach nur bequem und clever. Also ich glaube wirklich, die alten Thermostate, die haben tatsächlich ab jetzt ausgedient. Denn das geht deutlich cleverer. Du hast gesagt, du hast uns noch ein weiteres System mitgebracht. Das sehe ich wahrscheinlich hier zu meiner Rechten. Ist das so? Also vom Grundprinzip, ja, ich habe es hier auch schon in der Hand. Und da drüben habe ich es gerichtet. Genau, wir haben hier ein Dreier-Set und ein Sechser-Set. Was ganz, ganz wichtig ist, der entscheidende Unterschied hier. Also die Programmierung ist die gleiche. Sie können das genau individuell einprogrammieren. Erstens mal finde ich die Optik noch ein bisschen schöner. Wenn wir hier mal vorne drauf schauen, sehen wir das auch. Wenn ich drehe, ich kann ja alle Thermostate auch manuell bedienen. Dann sehe ich das in einem schönen großen Display. Ich halte es auch noch falsch rum. So, jetzt sehen Sie. Und es reagiert auch gleich auf sofort. Also das können Sie auch jederzeit trotz aller Programmierung machen. Was hier der große Unterschied ist an diesem Dreier-Set. Wir beginnen mit einem Dreier-Set, haben aber gleich noch ein Sechser-Set. Ist ein kleines Zusatzteil. Das möchte ich Ihnen zeigen. Und zwar ist es das hier. Das nennt sich Zigbee-Gateway. Zigbee ist ein System, um stromsparend Netzwerke zu installieren. Um damit Zigbee-kompatible Geräte zu steuern. Und zwar weltweit von Ihrem Smartphone aus. Das geht also nicht nur mit Thermostaten, aber hier jetzt für Thermostate. Die Installation, die zeige ich Ihnen auch gleich wieder, ist unglaublich einfach. Wir haben das ja gerade gesehen. Das ist nur ein Gewinde. Da kommt auch kein Wasser raus. Viele haben ja Angst, wenn die Heizung läuft, kann ich das? Ja, natürlich, jederzeit, auch wenn Sie die Heizung schon anhaben. Das kann man auch in der Heizperiode jederzeit umdenken. Und jetzt haben wir dieses System, was eingeblendet ist, was für mich wirklich noch ein I-Tüpfchen draufsetzt. Weil die Programmierung so einfach auf meine Lebensverhältnisse angepasst. Jederzeit die Möglichkeit und jetzt direkt per WLAN ohne Bluetooth auf die Thermostate weltweit zuzugreifen. Und noch ein Riesenvorteil, das sehen Sie gerade jetzt eingeblendet. Dieses System ist in wenigen Tagen endlich wieder lieferbar. Und kommt sogar Versandkosten frei zu Ihnen nach Hause. Das noch oben drauf. Die Bestellnummer ist die NX4916 und die 569 für das Dreier-Set mit diesem besagten Zigbee Gateway. Ich finde das total schön, auch wenn du an dem Thermostat selber regelst. Man hört so ein leises Klicken, so wie bei einem Safe-Zahlen-Schloss. Das finde ich auch noch sehr gut gemacht. Und vor allem das große Display hier auch ein absoluter Pluspunkt. Also das kleine Zicken, ich hoffe, man sieht das jetzt. Ganz einfach, was passiert denn? Auch mit einem manuellen Thermostat. Hier ist so ein kleiner Tropfen drin. Und der wird einfach vom Thermostat hineingeschoben, geschlossen oder geöffnet. Und genau das passiert hier, wenn ich die Temperatur erschließe. Und das ist der kleine Motor. Der ist übrigens batteriebetrieben, aber die halten sehr, sehr lange. So, jetzt installieren wir den schnell. Natürlich immer schauen, dass das Display richtig rum ist. Und Sie sehen, auch bei Ihnen zu Hause wird es so schnell gehen. Gerade hinhalten. Und jetzt bitte handfest ein bisschen stärker zudrehen. Und das reicht schon. Man muss nicht unbedingt mit der Zange das festmachen. Es funktioniert schon. Und jetzt habe ich eben die Flexibilität, auch jederzeit manuell das zu machen. Das ist noch ein bisschen schief, glaube ich. Schau, machen wir es gerade. So, andersrum. So, jetzt. Jetzt ist es gerade. Ja, so kommt auch jeder. Du kannst jederzeit natürlich. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn du jetzt zu Hause bist und sagst, oh, heute ist mir richtig kalt. Kurzfristig mal. Mit dem Handy, aber auch natürlich am Heizkörper direkt das einstellen. Und Sie sehen, wie schnell das immer geht. Optisch für mich ein Leckerbissen. Und vor allem wieder ein intelligentes System. Viele haben gesagt, fahren Sie doch einfach mal um zwei Grad runter. In öffentlichen Gebäuden wurde jetzt, meine ich, sogar festgeschrieben 19 Grad. Ich muss ehrlich sagen, da seid ihr zwei hundertprozentig bei mir. 19 Grad ist mir zu kalt. Ich möchte, wenn ich zu Hause bin, möchte ich mich wohlfühlen. Ich möchte auch nicht die Temperatur runterfahren. Aber ich bin so clever und Sie hoffentlich auch in Zukunft, dass Sie, wenn Sie nicht zu Hause sind, nicht die Wohlfühltemperatur für Ihre Möbel aufrechterhalten. Denen ist es nämlich egal, welche Temperatur es ist. Also fahren Sie runter. Nicht auf Null. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie von Null die Heizung wieder hochfahren würden auf die 21, 22, 23 Grad. Das würde so viel Energie verbrauchen, als würden Sie permanent mit 25 Grad durchheizen. Deshalb diese intelligente Absenkung auf, ich sage das als Hausnummer, das kann auch ein Grad mehr, weniger sein. Das ist egal, 16, 17 Grad. Und dann rechtzeitig, also nicht erst zu dem Termin, wenn Sie heimkommen, sondern von mir aus eine Stunde vorher, sagen Sie, heiz jetzt wieder hoch. Und dann geht das ganz adäquat, ohne viel Energieaufwand und man spart eben jeden Tag wahres Geld. Man kann auch mit diesem System natürlich auch wieder übers Handy und ich zeige Ihnen das auch mal, wie das aufgemacht ist, hier eben diese Pläne einstellen. Und man hat auch, wenn man zum Beispiel, gibt ja Leute, die kommen in der Mittagspause heim, hat man fünf Zonen, die man hier einstellen kann. Da sehen Sie die fünf Programmierungen von bis. Also bei dir wäre das ganz einfach. Bei dir wären es eigentlich nur morgens. Morgens und abends, ja. Ich sage jetzt mal von sieben bis acht, also sagen wir von halb sieben bis halb neun. Ich rede jetzt mal vom Bad, dann wieder runter auf 17 Grad und abends von mir aus auch wieder von, nein, du kommst erst im neuen Heim. Nee, ich komme um zehn heim. Um zehn heim, also halb zehn bis halb elf. Die meisten Heizungen haben sowieso eine Nachtabsenkung, da ist das hier schon drin, mit meistens auf 18 Grad. Die geht dann in den meisten Mietwohnungen auch ab 23 Uhr los. Da braucht man also nichts mehr machen, das macht eigentlich das System selber. Aber so clever, wie das System ist, bei Ihnen können sie auch sein und die Zeiten eben nicht vollheizen, in denen sie nicht zu Hause sind und die Heizung auch nicht benötigt wird. Gilt übrigens auch, wenn man Schulkinder hat, die sind den ganzen Morgen in der Schule. Und das ist so ganz sicher. Da brauche ich nicht das Kinderzimmer auf 23 Grad oben halten, runter auf 18 und erst wenn sie kommen, zurück. Dreier Set hatten wir und jetzt haben wir auch noch ein Fünfer Set, inklusive diesem Zigbee Gateway, was hier mit dabei ist. Also Sie sehen das Komplettsystem. Und das Komplettsystem gibt es für Sie für 227,99 Euro mit der Artikelnummer NX4917 und der 569. Und vielleicht kennen Sie so andere Thermostatsysteme, wo Sie dann die ganze Zeit an der Heizung selber rumfrickeln müssen. Dann müssen Sie vielleicht fünf Minuten am Stück in den Knien sein, davor hocken und das einstellen. Und meistens ist es bei mir so, ich verstehe das nicht so ganz, wie stelle ich das jetzt richtig ein. Da ist natürlich so ein Smartphone in der Bedienung viel, viel besser auch. Oder auch die Anzeige hier mit der Temperatur auch wirklich ideal, weil es so einfach ist, weil ich einfach nur hier drehen muss. Ich weiß, welche Temperatur ich habe. Ganz im Gegenteil zu dem alten Thermostat, wo ich hier nur fünf Ziffern habe. Und damit diese hier auch gut funktionieren, brauchen Sie natürlich auch Batterien. Und die haben wir Ihnen jetzt auch noch in dieser Sendung mitgebracht. Egal für welchen Thermostat und für welches System, egal wie viel Sie sich entschieden haben, alle Thermostate sind mit, da sehen wir es, zwei Doppel-A-Batterien betrieben. Die halten auch sehr, sehr lange, weil hier wirklich ganz, ganz wenig Energie hier gebraucht wird. Aber das brauchen Sie zwingend natürlich auch, um die Anzeige zu steuern und um den Motor in Betrieb zu halten. Hier haben wir jetzt ein 20er-Set. Das heißt, das reicht übrig für, egal für welches System Sie sich entschieden haben. Und man hat auch noch Ersatzbatterien für den Haushalt. Ich glaube, Doppel-A-Batterien sind meiner Meinung nach die meistgebrauchten Batterien in deutschen Haushalten. Habe ich kürzlich auch erst nachbestellt, weil ich immer lieber ein paar Batterien über habe zu Hause. Deswegen gerne auch hier mehrfach zugreifen für 7,59 Euro. Die Bestellnummer ist die PX1569 und die 569. Also statten Sie damit Ihre Thermostate ideal direkt aus. Noch ein anderer Trick, den wir Ihnen an die Hand mitgeben können, ist einfach mal die Heizung zu entlüften. Und da hast du uns auch noch was mitgebracht. Also ich glaube, das weiß mittlerweile auch fast jeder, dass man Heizungen gerade zu Beginn der Heizperiode entlüften muss. Weil wenn Luft im Heizkörper ist, heizt er nicht richtig auf. Sie wissen, Wasser ist ein wesentlich besserer Wärmeleiter als Luft. Wenn jetzt so ein Heizkörper einfach mal, ich sage mal, 10 Prozent Luft drin hätte, würde unglaublich viel Energie verloren gehen. Jetzt gibt es diese manuellen Schrauben. Dann läuft man gerade am Anfang der Heizperiode durch, entlüftet alles mit so einem Gläschen unten dran. Oder es gibt dieses System. Und wir haben hier ein Fünfer-Set der automatischen Entlüfter. Das macht man bitte, installieren Sie das, bevor die Heizsaison losgeht. Einfach die alten Entlüftungsschrauben rausdrehen, das wieder reindrehen. Und jetzt passiert Folgendes. Da ist ein kleines Ventil drin. Das spürt es, wenn es kein Wasser füllt. Also wenn Luft drin ist. Öffnet das Ventil ganz vorsichtig, sodass die Luft in kleinsten Mengen sind, das ja dann, entweicht. Und sobald Wasser zu füllen ist, schließt dieser Automatikmechanismus wieder. Man braucht also keine Angst haben, da läuft nicht Wasser raus oder Ähnliches. Nein, das ist nur intelligent. Und da kann man also wirklich die optimale Heizleistung seiner Heizkörper garantieren. Weil ich glaube, jeder hat das schon mal gehabt, Luft drin und es heizt nicht richtig. Ich kann drehen, wie ich will, es wird nicht richtig warm. Das liegt dann eben daran, dass Luft in der Heizung ist. Und dann rennt man rum, sucht den kleinen Schlüssel. Den hat jeder mal irgendwann von seinem Heizungsbauer bekommen. Das hier ist eine einmalige Sache und die installieren Sie einmal. Wir haben ein komplettes Fünfer-Set und dann haben Sie die nächsten Jahre auch. Weil das geht ja nicht nur in dieser Heizsaison, sondern immer wieder jedes Jahr in der Heizzeit wird automatisch entlüftet, sobald auch nur die kleinste Menge an Luft drin ist. Oftmals merkt man das auch. Also am Anfang macht man es eigentlich allgemein. Ich hoffe, Sie auch entlüften mit diesem manuellen Schlüssel. Dann hat man erst mal Ruhe. Aber wenn sich dann noch mal Luft im System einnistet, was immer passieren kann, dann merkst du das eigentlich viel zu spät. Weil erst mal, wenn richtig viel Luft drin ist, spürst du es und dementsprechend verschenkst du da auch wieder Geld. Dieses System spürt es sofort. Und deshalb mein Tipp, installieren Sie es, bevor die Heizsaison losgeht. Ist auch sofort lieferbar für kleines Geld. Ja, und zwar für nur 18,04 Euro. Also jetzt genau die richtige Gelegenheit und genau die richtige Zeit, jetzt hier zuzuschlagen mit der Bestellnummer PV 9027 und der 569. Also das quasi ein Muss, jetzt zu Beginn der Heizperiode hier auch die Heizung zu entlüften. Hier funktioniert das mit diesem automatischen Heizkörperentlüfter ideal und ganz unkompliziert und einfach. Aber auch unkompliziert und einfach sind die Thermostate, die wir Ihnen in dieser Sendung vorgestellt haben. Falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben, es dreht sich hier um das Thema Energiesparen. Und das war das erste Produkt, was wir Ihnen gezeigt haben. Achten Sie jetzt bitte auf die Grafik. Wir werden alles, was wir vorgestellt haben, noch mal kurz, wirklich ganz kurz in der Grafik darstellen. Das Einzelthermometer, das 3er-Set, das 6er-Set, dann auch das 3er-Set mit Gateway, das 6er-Set mit Gateway. Und zum Schluss diese Zigbee-Variante. Aber ganz egal, für was Sie sich entscheiden, Sie sind clever. Und das zeigen Sie durch Ihre Bestellung, weil Sie, und dessen bin ich mir sicher, wesentlich mehr Geld sparen, als jetzt die Investition in diese Thermostate ist. Ich kann wirklich nur sagen, richten Sie Ihre Heizkörper nach Ihren Lebensumständen ein. Heizen Sie nur dann, wenn Sie auch rein müssen. Also machen Sie nicht permanent den ganzen Tag auf 3, 24 Grad. Das war schon immer rausgeschmissenes Geld. Nur haben es die meisten jetzt erst gemerkt, weil die Heizkosten so extrem gestiegen sind. Früher, ach ja, die paar Cent macht nichts. Ich glaube, mittlerweile macht es jedem weh. Ob das eine Mietwohnung ist, ein Einfamilienhaus oder auch eine Eigentumswohnung, ganz egal wo. Überall heißt es dieses Jahr. Ab diesem Jahr spätestens intelligent heizen. Viele haben solche Systeme schon. Vielleicht möchten Sie die erweitern. Dann hier natürlich auch die Möglichkeit, was ich sehr, sehr begrüße, per Bluetooth alles zu steuern. Also nicht, was du vorher gesagt hast, auf den Knien rumrennen, Bedienungsanleitung nebendran. Und wie muss ich tippen, was muss ich tippen, 17 Mal fluchen, weil man sich verdrückt hat. Nein, sondern ganz bequem das Handy in die Hand nehmen. Was hier auch noch der Riesenvorteil ist, du kannst das wirklich gemeinsam mit der Familie machen. Hier sehen wir jetzt das 6er Set eingeblendet. Mit der Familie, ich sage jetzt mal, du sitzt beim Essen und dann redest du mit den Kindern. Sag mal, wie lange hast du Schule, wann hast du wie lange Schule. Du kannst ja auch täglich ein anderes Programm einsetzen. Ich habe Mittwochmittag Schule, da komme ich erst um 17 Uhr heim. Dann musst du auch nicht wieder um 12 Uhr hochheizen. Also Sie sehen, einfach ein bisschen, ich sage mal, Initiative zeigen, mit der Familie reden, sich selber Gedanken machen, wann brauche ich warm, dass ich mich wohlfühle, wann kann es wirklich mal auf 17, 18 Grad runter sein und dementsprechend einsetzen. Jetzt haben wir hier das mit den Zigbee Gateways im 3er Set und im 5er Set nochmal hier der Vorteil, nicht per Bluetooth, also nicht mit begrenzter Reichweite, sondern alles, auch die Thermostate, sind ins WLAN eingebunden und damit weltweit zu programmieren. Ja und Sie sehen hier das Lieferdatum jeweils immer eingeblendet. Das letztere Modell ist jetzt schon in den nächsten Tagen lieferbar. Das ist hier jetzt auch der Vorteil und der Vorteil für Sie ist auch der TV-Sonderpreis. Wie gesagt, Sie wissen, bei uns ist das immer auch so ein bisschen ein Glücksspiel, wann Sie eingeschaltet haben, wann wir Ihnen die TV-Sonderpreise genehmigen können oder ermöglichen können. Und die gelten dann immer nur zwei Stunden. Also heißt es, jetzt bestellen, jetzt anfangen zu sparen, jetzt schon die Heizung entlüften mit unserem Entlüfter-Set, was wir Ihnen auch noch gezeigt haben. Und dann geht es einem doch schon viel besser, wenn man weiß, ich habe mein Bestes getan, damit ich Strom sparen kann oder Energie sparen kann, aber gleichzeitig auch für ausreichend Wohlbefinden sorgen kann. Denn ich denke, da sind wir uns einig, sparen ja, aber bitte nicht an Wohlbefinden sparen und das müssen Sie mit diesem System nicht. Lassen Sie mich noch ein Wort an die Männer richten. Ich weiß das auch, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn es für uns Männer eigentlich schon warm genug ist, frieren die Damen immer noch. Machen Sie die Wohlfühltemperatur auf die Bedürfnisse Ihrer Frau. Sie kennen sicher den Satz, happy wife, happy life. Geht es unseren Frauen gut, geht es uns gut und unserem Geldbeutel mit diesen Systemen. Also bestellen Sie die jetzt vor. Und sparen Sie aktiv.